Musik Willkommen zum Mittwochsupdate vom 10.08.2016. In Silverglade hat nun der Pferdemarkt eröffnet und im Shoppingcenter gibt es neue Ausrüstung für euer Pferd. Es ist alles Championats geeignet. Und hier am Jorvikstall gibt es ab heute den Tag der offenen Tür. Leider kann ich die Quest noch nicht machen, denn man muss Star Rider sein und man muss die Quest erlegt haben. Kühe melken und Pferde und Kühe füttern. So ist es auf der Newsseite angegeben. So, dann sehen wir hier schon. Es sind Fahnen aufgestellt, die nach Feiern aussehen. Luftballons, die vermutlich auch nicht immer hier sind. Ist auf jeden Fall sehr schön dekoriert. Ich freue mich schon drauf, wenn ich die Quest dann doch noch machen kann. Ich hoffe, dass ich genug Zeit dafür habe. Und hier vorne, habe ich schon mal geschaut, genau hier, hier befindet sich Johanna. Bei ihr sollte es die Quest dann geben. Das war es aber für heute vom Mittwochsupdate. Wir sehen uns dann wieder. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.